Musik Können Straßennamen in Ungnade fallen? Ja, schon. Nicht die ganze Person, aber doch der Straßenname. Ein Teil der berühmten Wiener Ringstraße ist nach dem früheren Bürgermeister Dr. Karl Loega benannt. Der hat nicht nur wichtige kommunalpolitische Meilensteine gesetzt, etwa Wasser- und Energieversorgung oder die Straßenbahn erneuert, sondern galt auch als Populist und Antisemit. Der Loega Ring ist deshalb ein besonders heikler Ort, weil sowohl die Universität als auch das Burgtheater an ihm liegen. Und Loega war ja nicht nur einerseits ein kommunalpolitischer Erneuerer, er war auch ein großer Antisemit und hat das auch benutzt. Er war darüber hinaus auch noch, was man weniger weiß, intellektuellenfeindlich. Und hat auch explizit auf die Universität geschimpft, als ein Ort vaterlandsloser Gesellen. Statt dem Loega Ring wird es künftig einen Universitätsring geben. Die Uni Wien bekommt als Promi-Adresse Universitätsring 1. Das klingt sehr gut. Loega bleibt aber in der Bundeshauptstadt präsent. Es gibt, abgesehen vom Loega Ring, noch zwölf andere Orte in der Stadt, die den Namen Loegas tragen. Es gibt einen Platz, es gibt ein Denkmal, es gibt eine Kirche, es gibt verschiedene andere Orte im öffentlichen Raum, sodass wir nicht einfach jetzt uns davon stehlen, sondern dass wir uns sehr bewusst mit der Geschichte, mit der Person, mit der Persönlichkeit Loegas auseinandersetzen. Loega wird also in der Bundeshauptstadt weiter präsent sein, wenn auch nicht mehr auf der Ringstraße. Ich möchte nicht in einer Stadt leben, in der die guten wie auch die schlechten Seiten der Geschichte der Stadt sozusagen eliminiert werden. Und Straßennamen deuten nun einmal auf Geschichte hin. Und Geschichte ist insbesondere in einer großen Stadt häufig sehr was Positives und sehr häufig hat es auch tragische und negative Seiten. Die formalen Beschlüsse für die Umbenennung eines Teils der Wiener Ringstraße sollen vor dem Sommer fallen. Die Umbenennung selbst wird noch heuer erfolgen. Die Umbenennung eines Teils des Leidens Die Umbenennung Die Umbenennung des Leidens